Luca Vullo Mein Name ist Carlo Campani, mich chiamo Carlo Campani Ich bin einfach hier der Dolmetscher und Moderator für den zweiten Teil dieses Films Nachmittags oder Abends Ja, neben mir steht Luca Vullo der Regisseur und Produzent von dem nächsten Film Ich habe eine technische Frage und zwar gibt es ja Deutsche die nicht Italienisch verstehen Okay, gut, dann ist die Dolmetschung notwendig Probabilmente tutti die Italien capiscono il tedesco, vero? Okay, dann werde ich ins Deutsche, aber nicht ins italienische Dolmetsch Alles klar Ich würde sagen, ja also dieses Filmfestival ist Versusud und mit dem Film von Luca Vullo fahren wir jetzt weiter zur südlichen Spitze oder zur südlichen Landstück Italiens nach Lampedusa Der Film von Luca Vullo dauert so ungefähr 35 Minuten 35 Minuten so 30 30 Minuten und es hat mehr einen dokumentarischen Charakter also da erscheint zum Beispiel der Regisseur gar nicht und da sind die Leute auf Lampedusa sind die Hauptdarsteller also da sind eben auch keine Komparsen da sind eben alle Lampedusana Leute die dort leben und die ihre Meinung zu dem zu dem Insel und zu diesem Thema natürlich auch sagen und ja ich übergebe einfach das Wort jetzt Luca Vullo der vielleicht ein paar Tipps ein paar Hinweise zu dem Film euch geben wird der sich auch selber vorstellen wird ok Guten Abend. Guten Abend. Ciao. Ich bin sehr glücklich hier. Ich danke Versus Sud und Italia Altrove, Emanuela Cittone Rossi und dich, in diesem prestigiösen Kontext zu presentieren meinen Film. Vielen Dank an alle, an Italia Altrove, an Manuela und natürlich das Filmmuseum in Frankfurt. Ich freue mich sehr, hier zu sein und meinen Film heute Abend natürlich vorstellen zu dürfen. Due cose, volevo dire, per presentarmi. Sono un produttore e regista independente di documentari. Zwei Sachen wollte ich eben sagen zum Filmen. Ich bin zwar ein unabhängiger Regisseur und Produzent von hauptsächlich Dokumentarfilmen. Ma faccio un sacco di altre cose aber ich bin sehr viel beschäftigt, ich tue sehr viele verschiedene und wenn ich alles jetzt erzählen sollte, brauchen wir fast eine Woche. eine Sola, ich habe auch ein Spettacolo hier zwei Tage vor, über die Gestualität italienisch in Konfronto mit dem Rest des Mondes, immer organisiert von Manuela. Und ich mache auch die Performer. Okay, alles klar. Also zum Beispiel ein Beispiel ist, was ich gerade vor zwei Tagen hier in Frankfurt gemacht habe und zwar einen Abend über die italienische Gestualität. Gestern natürlich im Vergleich zu der Gestualität der Rest der Welt natürlich, aber ich glaube, da braucht man nicht viel darüber zu sagen. und ich bin auch so ein Performer sozusagen. Ich habe mich schon mit dem Thema Migration beschäftigt, und zwar mit zwei Dokumentarfilmen. Der erste heißt Dallozofalcarbone, oder von Schwefel zur Kohle. Also es geht um die italienische Emigration nach Belgien. Und der zweite ist Influx. Influx, es geht darum um diese Emigration 2.0, also zahlen die heutige Emigration der jungen Italiener nach London. Wenn die Kurde nach Badolato nach Badolato nach Badolato gelandet wurde, ich habe dort ein Campion gesehen. Und habe ich mit meinen Kollegen gesehen, die Nacht nach Badolato nach Badolato gelandet. Ja, und auch noch eine Erlebnisse. Persönlich eine Erlebnisse dazu, als dieses Schiff mit den Kurden nach Badolato angekommen ist, also dort gelandet ist. Ich war tatsächlich dabei. Wir haben, also meine Freunde, dann haben wir da gekämpft. Und wir haben in der Nacht dieses Schiff ankommen gesehen. Also der Film von Maestro Wenders mich besonders gefällt mir. Und emotional ist, weil ich auch die Erlebnisse, der Schock des Landes, die alle diese Leute in der Nacht durften. Also das heißt, der Film von Meister Wenders hat mich auch besonders berührt, weil ich eben dabei war. Ich habe gesehen. Also ich habe auch den Schock miterlebt, mit dem immer dieses kleine Dorf konfrontiert war, als diese Leute da im Anker. Also jetzt aber zu dem Film, den wir gerade sehen werden. Also Kasemu, das heißt, wir sind hier. Und wir sind hier in vielen manieren. Aber in Partikulare, die Lampedusani sagen, Kasemu, wenn wir bereit sind, um die Rette zu schocken, und den Momenten und den Momenten ist der richtige Ort, um zu schocken. Das kann man natürlich, man sieht das auch in dem Film übrigens, dieser einfache Satz hat verschiedene Bedeutungen. Aber insbesondere eine wichtige Bedeutung ist eben für die Fischer auf Lampedusa, die eben Kasemu sagen, wenn sie auf dem Meer sind und den richtigen Punkt gefunden haben, oder Glauben gefunden zu haben, um die Fische ins Meer zu werfen. Und den Netz? Entschuldigung, und die Fische. Das war die... Und die Fische. Ich hab gesagt, für Bedeutung die Fische, die nicht machen. Ah, ok, das ist das. Das war die Hoffnung auf die Fische. Aber das ist die Fische. Also, das ist das ist das. das ist das, die Fische hierhergezización. Das war die... Also, das wäre die Hoffnung... Das war die Fische. Das war die Hoffnung auf die Fische. Das war die Hoffnung auf die Fische. Dankeschönig. die negativen oder positiven passiert, lottieren wir, um die Dinge zu systemieren. Ja, natürlich. Das heißt aber auch, wir stehen hier, das ist ja unser Platz und egal was kommt, wir versuchen damit fertig zu werden und wir kämpfen auch um diese Probleme zu lösen. Per chiudere, per me è importante presentarvi questo film perché non è un film sull'immigrazione, ma è un film sull'ampedusa perché sono convinto che in molte parti del mondo non si conosce l'isola di Lampedusa e gli abitanti di Lampedusa cosa pensano realmente. Okay, und das ist für mich wichtig hier, also gerade diesen Film gedreht zu haben und hier vorstellen zu dürfen, weil es eben um Lampedusa geht, um die Bewohner von Lampedusa, mehr als um dieses Thema Emigration. natürlich spielt auch eine Rolle das Thema, aber es geht tatsächlich um diese Menschen, und ich bin überzeugt, dass man diese Insel nicht kennt und man weiss nicht genau viel über die Insel und vor allem über die Inselbewohner. Wir kommen zum Schluss. You know, Italian people are very, very talking, you know. Sorry. I want to tell you a lot of things. Abbiamo tempo anche, dobbiamo auch später Zeit, natürlich, das kommt auch. Yeah, okay. And this is a project from the University of London. E' un progetto dell'Università UCL di Londra di ricerca socio-antropologica e io ero soltanto l'autore del progetto filmico, ma ci sono anche una relazione scientifica, sociologica e antropologica. Okay, wahrscheinlich haben Sie schon verstanden, also dieser Film gehört zu einem breiteren Projekte dell'Università di Londra. Also das ist eben, seine Aufgabe war, einen Film darüber zu drehen, aber es gibt da auch einen wissenschaftlichen Teil, auch einen anthropologischen, soziologischen Teil dazu. Wir schließen jetzt ab. Ich persönlich wollte zwei, drei Hinweise für die Deutschen loswerden, weil ich habe den Film im Vorfeld gesehen. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also erstens, der Ton ist italienisch-sizilianisch. Sie werden das merken. Auch gerade für die Leute, die italienisch können. Und es gibt englische Untertitel und wenn ich zum Beispiel, ich hatte Schwierigkeiten, die englischen Titel auch zu verstehen. Manchmal, weil die natürlich, also es gibt ein paar Worte, die vielleicht nicht jeder kennt. Also zum Beispiel, Jeb ist die Impfung. Es geht um Impfung. Also Leute haben Angst, die Touristen haben Angst, dass diese Flüchtlinge nicht geimpft werden. Es geht darum, das Thema Tourismus auf der Insel. Dann gibt es plötzlich dieses Wort A und E, also A and E, das ist die Notaufnahme im Krankenhaus, weil natürlich die oft auch besetzt ist von den Flüchtlingen. Ganz interessant erscheint auch eine Dame, eine Politikerin der Lega. Sie kennen die Lega wahrscheinlich, ehemals Lega Nord, also die sagt auch was dazu, zu diesem Thema. Die Italiener kennen das an dem Symbol der Partei, das ist ein Kreis mit sechs grünen Blättern drin, aber wahrscheinlich die anderen nicht. Und ja, eine schöne Sache zuletzt. Auf dem Tisch der ehemaligen Bürgermeisterin steht ein Satz, der Stein, Ziegelschnein, schon mal Pietro, mit der Frase di Calvino. Da ist dieser Stein, mit einem schönen Satz, von Italo Calvino, ein großartiger Schriftsteller. Einer der, vielleicht der letzte, große, richtig große Schriftsteller. Da steht, Und wer auf ein Bord muss denken, was er rauskommt. Also wer eine Mauerbaut sollte daran denken, was draußen bleibt. Und damit. E quindi, buon viaggio a Lampedusa, in uno dei posti più belli del mondo. So, wir sind hier und wie schon gesagt, vor ungefähr eine halbe Stunde, wir haben jetzt, ich schätze mal, zwischen 30 und 40 Minuten Zeit, um miteinander zu sprechen. Also hier, Luca Wullo freut sich auf Ihre Fragen und ja, wie immer, auf Italienisch, auf Deutsch, auf Englisch. Okay. Mancano ospedali, mancano medici, ma da cosa dipende? Dal governo centrale, Roma, o da Palermo? La Sicilia è a statuto speciale? Gerne. Also, hier in dem Film haben wir gehört, es gibt ein Problem mit dem Gesundheitswesen, also es fehlen Ärzte, also Fachherzen, insbesondere, Krankenhäuser und so weiter. Die Dame fragt eben, wo auf, also, wovon hängt das ab, wo, wer ist irgendwie, was ist, welche ist die Ursache dieses Problems? Also Sizilien ist eigentlich ein, hat einen besonderen, einen besonderen Status in Italien wie vier andere Regionen, die haben, fast wie im Bundesland, sind weitestgehend autonome, autonome Regionen, regionen autonome oder mit sonder Status und es wurde auch eben auf die italienische und auch auf die sicilienische Regierungen, hier ein bisschen geschimpft im Film. Das ist die ... Molto più lungo in tedesco, comunque. Okay. Sì, dovevo spiegare un po' di cose. Pensavo fosse più sinteti, invece al contrario. No. Okay. Il... La mia opinione personale è che il fabbisogno dell'isola, quindi degli isolani, eccetera, debba essere gestito dalla Regione Sicilia e quindi il fabbisogno non è sostenuto da chi dovrebbe essere sostenuto, quindi la Regione. Loro appartengono alla Regione Sicilia e dovrebbero essere aiutati dalla Regione. Certo. Grundsätzlich è così, in me la mia opinione è che la responsabilità gerade per la Regione Sicilia e soprattutto per la Regione Sicilia e soprattutto per la Regione e soprattutto per la Regione di Lampedusa è la Regione zuständig. Riguardo invece al fabbisogno alla necessità con i migranti e tutto il resto inevitabilmente parliamo di un discorso che è europeo non è più locale non è più europeo è un problema europeo non è neanche nazionale cioè è una roba europea. e volevo sapere come la loro relazione. Grazie. Grazie per la domanda. Sì, stai a me vor che il film è stato anche visto anche di Inselbewohner e la mia domanda è stata come reagire su questo film? Ovviamente era la prova più difficile il test dei Lampedusani perché i Lampedusani non perdonano però sono felice di dirvi che quest'estate abbiamo fatto due presentazioni sull'isola una insieme ai turisti quindi in un periodo di punta e una invece più per gli isolani e in entrambi i casi il risultato è stato molto positivo perché la frase che mi è stata detta più volte finalmente un film che ci dà la parola possiamo dire quello che pensiamo nel bene e nel male anche se i neri mi danno fastidio lo posso dire e non è grave diciamo o comunque per me è così e lo posso dire un film bianco nero molto forte l'italiano i migranti è stato l'italiano o non è stato visto o non E se questo era, come dire, già previsto fin dall'inizio, era proprio programmatico oppure come è venuta questa cosa? Ok. Quando l'università mi ha contattato mi ha proposto di fare un film su Lampedusa per dare la parola per la prima volta ai Lampedusani. Senza puntare il dito sui migranti e parlare di tutto quello che si è sempre parlato. Anche in modo sbagliato, a volte. Als io da l'università mi ha contattato, era il tema un film su Lampedusa e le vivere senza parlare del tema migranti. Un tema, in cui è molto debattato, in cui è molto parlato, anche in una fragilità e forma. Se mi avessero proposto di fare un film sulle migrazione a Lampedusa, avrei detto no. perché so quanto sono stati violentati giornalisticamente i Lampedusani e quindi per rispetto nei loro confronti non avrei mai fatto la bellezza dell'isola e ci confrontavamo ogni giorno sulla procedura della ricerca scientifica, nonostante ognuno desse spazio al proprio lavoro. Quindi loro facevano il loro lavoro di ricerca con il loro sistema io in libertà lavoravo con il mio cameraman al film. Poi discutevamo dopo. Quindi la scelta di non intervistare migranti e tutte le persone che lavorano con i migranti sull'isola era una scelta precisa. Abbiamo deciso di non farlo. Ma di osservare i migranti con la prospettiva dei Lampedusani quindi li vedi sempre nel background ci sono sono con loro camminano vicino a loro sono seduti vicino a loro ma dalla loro prospettiva però ecco questo era il taglio cinematografico che volevo dare. Ja l'idea del concetto del film è ganz clara i migranti sono da man sieht ma man sieht die durch gli augen dei Lampedusani sono da un po' nel background o da lì laufano in e in e in 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 situazioni ma si vengono immer durch gli augen dei in un bewohner vengono infatti quell'immagine che piace reherstaffene Die Lampedusa-Werste, was denken die Lampedusa-Werste über die Immigration? Was denken? Was denken die Lampedusa-Werste über die Immigration? Über die Afrika, die Äthiopien und... Ich habe versucht, das mit dem Film zu erklären, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es klar war, aber die Frage war, was denken die Lampedusa-Werste über dieses Problem? Ja, und er meinte, ja, man sieht, das ist sehr widersprüchlich, auf jeden Fall. Also, es ist sehr contraddittorien. Das ist sehr widersprüchlich, wie man hat gesehen, also was die... Ja, die Frau. Ja, aber in Lampedusa-Werste wurde auch ein anderer Film geöffnet, der sich nennt »Fuoco am Mare«. Und in diesem Film sieht man etwas, das in mir ist emblematisch, weil man zwei Weltmeister sehen, die sich anschauen, aber die sich nicht tocken. Und in mir ist sie auch ein Film von diesem Fall. Sie könnte etwas sagen, das in diesem Fall. Also, die Bemerkung, die Frage ist, ja, über Lampedusa. In Lampedusa wurde ein sehr berühmter Film gedreht, »Fuoco am Mare«, der hat auch in Berlinale gewonnen, also, glaube ich, den Goldenen Meer. Und, ja, und man sieht in diesem Film im Vorkom Mare mit zwei Welten, also, die, ja, grundsätzlich nebeneinander stehen und sich nicht berühren und sich auch gegenseitig beobachten. Und das kommt, meiner Meinung nach, auch in Ihrem Film vor. Und, ja, können Sie uns da etwas dazu sagen? – Obviamente, stimo moltissimo Rosi per la sua cinematografia e abbiamo fatto due cose molto diverse, però ci sono dei punti di connessione, quello sì. La cosa interessante, invece, è come i Lampedusani hanno vissuto il suo film in modo molto conflittuale. A molti Lampedusani non è piaciuto il film di Rosi, per esempio, ed è comprensibile su certi aspetti, no? – Ja, also, der Film von Vorkom Mare war von Regisseur Rosi, den ich sehr schätze. Wir haben also zwei wirklich verschiedene Sachen gemacht, aber natürlich gibt es doch, klar, Berührungspunkte und es gibt auch eine Verbindung, aber das Interessante für mich war, zu sehen, dass zum Beispiel gerade der Film von Rosi, also Vorkom Mare, ja, mit, also, die Widersprüche gerade der Lampedusani vorgerufen hat, also viele Lampedusani haben den nicht gemocht und es wurde, die waren wirklich absoluta geteilte Meinung über diesen Film, über Vorkom Mare. – Und das, mit dem Abus des Journalisten, hat eine große Herausforderung, ein documentarist oder ein Filmmaker, zu stellen eine Telekamera in fronte zu einem Lampedusani, weil die erste Reaktion, die sie hat, ist, sei Journalist? Was willst du mit diesen Bildern machen? – Also, sie sind sehr sospettbar, arrabbiate, weil sie sich entstanden sind, sia von Journalisten als von Regisseur. – Ja, und es ist so, dass, ich hatte eben davor von diesem Missbrauch durch die Medien gesprochen und die haben sich jetzt eben, die Lampedusani haben sich jetzt auch nicht nur von den Medienverraten gefühlt und missbraucht, aber auch von den Filmmakers, also von den Regisseuren und das ist heutzutage gerade für jemanden, der eine Dokumentation über Lampedusa drehen will, sehr, sehr schwierig geworden. Die Lampedusani sind sehr misstrauisch geworden und die fragen sofort, tja, Moment, wer bist du? Bist du Journalist? Was willst du jetzt mit diesem Bild, mit diesem Dreh, was willst du hier überhaupt machen? – Ich möchte nur eine Frage stellen. Nelle ultime Elezioni, diese Idee des Respektes des Films ist mir immer ein bisschen idyllisch, für zu sagen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Es sei denn so, ich bin sehr glücklich. Ich möchte wissen, dass in den letzten Elezionen die Lampedusani, wie viele für die Lega für die Lega votiert haben. Das wissen wir? – Okay, die Frage geht in Richtung Politik. Und zwar, die Dame findet das so, es ist sehr schön, was Sie hier diese Idee dargestellt haben, und dass diese gegenseitige menschliche Achtung, die eben auf der Insel herrscht. Andererseits, ja, wie war das jetzt bei der letzten Parlamentswahl in Italien, das war im vergangenen März. Wissen Sie, wie die Lampedusani gestimmt haben? – Okay. – Noi abbiamo girato durante le elezioni, tra l'altro, alcune scene del film. La Lega è arrivata penultima, come sindaca, diciamo. Però è stato interessante vedere che la Nicolini, che era quella che aveva portato, in qualche modo, l'accoglienza, il simbolo dell'accoglienza, l'ONU, Obama, e tutta quella faccenda lì, in realtà sia stata massacrata dai Lampedusani. E ci sono delle ragioni su questo. – Okay, ja, also die Lega als partei, also wir haben gedreht, damals, also auch während, einige Szenen, während der Parlamentswahlen, was die eben, und dann bei diesen Parlamentswahlen war die Lega die zweitletzte Partei, hat auch wenige Stimmen in Vergleich zu, also viel weniger als auf nationaler Ebene bekommen. Andererseits, muss man auch sagen, was die Kommunalwahlen betrifft, also die Bürgermeisterwahl, diese Dame, die eben, also auch erscheint dort, die Nicolini, die eben auch ein bisschen, sie ist eben dafür verantwortlich gemacht, sozusagen, diese ganze Publicity über die Insel gemacht, also betrieben zu haben mit den Vereinten Nationen, mit Obama, und so weiter und so fort, und sie ist wirklich richtig knallhart bestraht worden von den Lampedusani, und es gibt auch Gründe dafür. Wollen wir die Motivation? Der Motiv ist sehr einfach. Und das Thema für die Lampedusa, also der Vorwurf, den sie, diese Frau Nicolini, gemacht haben, ist, dass sie natürlich, klar, sie hat die Insel, sagen wir mal, so berühmt gemacht, sie hat aber sich sozusagen mit fremdem Väter geschmückt, das heisst, diese ganze, sagen wir mal so, die Empfang, also die Hilfsbereitschaft war von der Lampedusa und sie hat sich damit geschmückt, aber sie hat natürlich andererseits die Probleme der Insel überhaupt nicht angepackt. In dem Film, ich erkläre, die Probleme in der Insel, alles, wie ein Hospital, alles. Eine Frage, entscheidend ist doch auch die wirtschaftliche Situation, also dass Touristen ausgeblieben sind, also dass weniger Geld da angelandet ist auf Lampedusa. Dafür doch wahrscheinlich auch die wirtschaftliche Situation, wenn jetzt kein Touristenboom ist, dann halt zu Nationalismus, zu Rassismus und Ausgrenzung. Also ich denke, das ist ja oft auch bei uns hier in neuen Bundesländern, da in strukturschwachen Gebieten, wo wenig Migranten sind, ist der größte Ausländerhass. Und ich denke, da ist die wirtschaftliche Situation schon was entscheidendes. Ich denke, das ist die Frage, wo wir die Einfluss, mit dem Menschen in der Zufahnen, wo wirtschaftlichen Dekunnen haben, dass uns hierherabend sind in der Zufahnen, wo wirtschaftliche Situation haben. hat ihr Geschäft verabschiedet. Und das einzige Geschäft, das sie haben, ist der Tourismus. Das hat andererseits nicht so, man muss aber ein bisschen unterscheiden. Das ist jetzt nicht unbedingt an sich Rassismus, das ist ein waschhechtes Problem. In dem Sinne, ich brauche Geld, ich muss eben einen Betrieb oder eine Familie voranbringen und dann passiert sowas und ich bekomme Probleme. Also ich bekomme wirklich wirtschaftliche Probleme und das ist natürlich schon eine sehr verständliche Reaktion. Grazie mille per questo film. Ich habe es riuscito a portare ein Thema così complesso di come ci poniamo noi europei verso i nostri confini esterni in un linguaggio pacifico quasi, proprio perché habe lasciato parlare la gente dell'isola. Ma stupito che la unica persona che continuava a mettere questo in un contesto europeo e insisteva che è gravissimo che l'Europa faccia diventare Lampedusa un confine era il prete. E sempre, sempre, ogni volta che lei parlava con lui lui sempre tornava a dire ma cari europei, noi non vogliamo essere il confine che deve eliminare gli altri, cioè che deve dire fuori voi. Perché invece i politici o queste altre figure che hanno anche loro dei compiti di portavoce non sono stati così limpidi, così chiari nel messaggio? Hanno paura dei colleghi europei? Ok, io übersetze schnell ins Deutsche. Also, zuerst danke, vielen Dank für diesen Film, der die Lage von Lampedusa und diese Probleme, auch das Problem, was Europa hat, in so auch friedfertiger Sprache, ruhiger Sprache so dargestellt hat. Zuerst das, und dann die Frage geht in die Richtung, geht in diese andere Richtung, wäre sehr überraschend, weil für mich der Priester, und zwar vor allem, dass der Priester war der Einzige, der ganz klar immer wieder das Thema Europa erwähnt hat und daher gesagt, ja warum lässt uns Europa in Stich oder warum sind wir jetzt wirklich so die Grenze Europas geworden oder was, das Bastion, oder was, das Schützengrab, sozusagen, oder vielleicht die Grenzprosten, würde ich sagen, in Europa könnte man das sagen. Also warum tut Europa das und warum alle anderen eigentlich nicht darüber sprechen, insbesondere die Politiker, haben die vielleicht ein bisschen Angst? oder was, das Schützengrab... Grazie, intanto. Danke? Sì, penso che il prete, forse sia stata una delle più belle interviste del documentario, è paradossalmente più libera di dire determinate cose, anche pesanti. e dico paradossalmente per chi è italiano perché mi può capire, cioè un prete che dice liberamente cose contro il sistema, insomma, non è proprio comune. Ja, das interessante Antwort, also das ist so, klar, diese Interview mit diesem Priester war eine der schönsten in ganzem Film und es ist schon, ja, ziemlich paradox, dass gerade er wirklich sehr frei, dass er sehr frei war, also sehr frei war, Sachen gegen das System auszusprechen und er sagt, ja, klar, das ist natürlich für uns sehr paradox, dass ein katholischer Priester, sagen wir so, ja, so gegen das System sich positioniert. Mentre i politici, che erano tutti in campagna elettorale, credo che questo abbia influenzato anche quello che ci hanno raccontato, puntavano nel difendere i diritti dei Lampedusani senza puntare il dito verso la comunità europea e gli altri politici, ma pensando di dire le parole giuste che potevano servire a farsi votare durante le elezioni. Die Politiker dagegen, die waren wirklich im Wahlkampfmodus, wie man hier sagt, also die haben eher so daran gedacht, also die Rechte natürlich, also die Lampedusani zu verteidigen, sich auf die Seite der Lampedusani zu schlagen, aber ohne dann, und auch die richtigen Worte, ohne die Namen zu sagen, um gewählt zu werden, ohne dann die anderen Politiker der Europa zu kritisieren. Uno dei Kandidati non si è neanche fatto intervistare, per esempio, perché era in campagna elettorale, era poco interessato a fare un documentario. Questo non penso che voglia dire. Einer der Politiker, der war auch im Wahlkampf, der hat eben das Interview abgelehnt, weil der wollte nicht in einem so einen documentarfilm erscheinen und der wollte sich eben nicht äußern. Però credo che paradossalmente a volte le cose più giuste, più sincere vengono dette da un pescatore piuttosto che da un diplomatico, da un politico, perché non ha nessun tipo di vincolo e può dire quello che pensa liberamente. La cosa più incredibile, secondo me, di Lampedusa è che fra di loro magari si scannavano a parole, però la sera poi erano allo stesso bar a bere un drink in allegria. E tu dici, ma com'è possibile? Perché il paese è quello, ci sono quei bar lì aperti e basta. Quindi se vuoi uscire stai lì e fai socialità con il tuo acerrimo nemico. In serenità. Io guardavo, ma com'è possibile? Ha detto, peste e corna. Però è normale, perché è così. E questa roba mi ha colpito molto. C'è una cosa, che per me è stato molto affrezzato, è stato un paradox, ma che è stato un po' di insel, è quello che le persone all'interno umganno. E' stato un po' di insel, che si possono fare un po' di inseli, si possono fare un po' di inseli, ma che si sono un po' di inseli bar. Es gibt natürlich auch nicht so viele und das ist eben so die Insel und die müssen im Grunde genommen auch miteinander auskommen und die reden ganz in Ruhe miteinander, obwohl tagsüber da die Fetzen fliegen. Ja, und das ist irgendwie spannend, weil eben obwohl sich eben, wie gesagt, auch zum Beispiel der Gemeinderat sich, wie gesagt, zerfetzt hat gegenseitig, obwohl es wirklich auch miese Sachen, also böse Worte fallen, dann gibt es immer diese Idee im Hintergrund, wir müssen hier leben, wir müssen das auch überleben, wir müssen hier eine Möglichkeit zu finden, miteinander doch zusammenzuleben und das erklärt auch diese große Fähigkeit, diese besondere Fähigkeit Insulana, ja eben, also alle Probleme, mit den Problemen fertig zu werden oder sozusagen weiter, weiter zu gucken, jenseits von diesen jetzt alltäglichen Streitigkeiten. Also zwei Wortmeldungen dann, okay, sì und dann die Dame. Dai, Andreas! Allora, le parlava dei ricercatori inglesi, allora mi interessa veramente quale era la motivazione di questi ricercatori sulla popolazione di un'isola in Italia. Allora, perché lei parlava, sì, c'erano antropologi… Sì, un'antropologa e una sociologa. Allora, o c'era anche… c'è il tema della migrazione, c'entrava o… C'è. Okay, grazie. Ganz kurz, eben, also das Thema ist, diese zwei, ein Anthropologin, ne, oder ein Soziologe, oder was auch so, aus England, diese zwei Forscher, welches war ihre Motivation da zu arbeiten? Okay, das waren zwei italienische Professorinnen, die in England, also leben, brain drain, kann man sagen, also die waren aber nie auf Lampedusa gewesen. L'obiettivo era presentare in una nuova chiave Lampedusa e i Lampedusani, cosa vuol dire vivere a Lampedusa, questo era il loro obiettivo, in mezzo a, chiaramente, una delle crisi più forti degli ultimi anni. Ja, und Forschungsgegenstatt war eben tatsächlich das Leben auf Lampedusa, was dort passiert, auch mittendrin, in diesen, in diesen, sagen wir so, globale, crise. Okay, und dann… Ah, okay, interessanterweise war die Frage dieselbe, dann, ich denke… Tiziana, ah, okay, ultima? Okay. Ultima, però. Last, last, last. Ultima, ultima. Per prima, volevo ringraziare, anche io sono in Insulana, anche sono vissuta qui in Germania, ma mi piace sempre quando si arriva a questo punto. E tutte le isole affrontano questo problema, se non arriva la nave per il fatto del tempo, cosa fanno? Eh, se non c'è, manca la, non c'è il pane, non c'è la frutta, allora ci uniamo nella solidarietà e questo è veramente, mi è piaciuto tanto proprio quello che diceva, eh, allora facciamo il pane insieme. Allora se non c'è la carne facciamo un'altra cosa, non è che iniziano a protestare. Cioè, vivono con la crisi naturale, si può dire una volta, ottimo esempio, mi piace, complimenti ancora, grazie. 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 Ja, das war, wie gesagt, ein sehr gutes Abschlusswort, complimenti, weil natürlich diese Insellage sehr gut beschrieben wird, gerade mit dieser, ja, was machen wir, wenn das Schiff nicht kommt. Genau, jetzt Hinweis, ganz nützlicher Hinweis, hier draußen steht eine Theke mit sizilianischen Spezialitäten, Wein und Essbares, aber, also, nicht gratis, also, es kostet ein paar Euro. Ein Getränk und eine Art Pizza, das ist eine typische Pizza von der Gegend um Trapani. 5 Euro, glaube ich. Danke a tutti. Danke sehr.